Wenn man ein verbessertes Schließringbolzensystem entwickeln könnte, was würde man neu gestalten? Damit es einen echten Unterschied macht, sollte es sich um eine technische Innovation mit spürbaren Verbesserungen in der Endanwendung handeln. Geschwindigkeit, Effizienz und verbessertes Design sind entscheidend. Das neue patentierte G-Grip Edelstahl Schließringbolzensystem von Göbel ist die Lösung, auf die die Branche gewartet hat. Der Multi-Klemmbereich der G-Grip-Teile kann bis zu 14 Größen des klassischen 6-Rillen-Schließringbolzensystems ersetzen. Dieser Vorteil verringert die Notwendigkeit, mehrere Größen auf Lager zu halten und beseitigt so Bedienfehler im Montageprozess. Die G-Grip-Lösung reduziert den Lagerbestand und sorgt für Kosteneinsparungen durch Vereinfachung des Lagerhaltungsprozesses. Das G-Grip-System wird aus poliertem AISI 304 Edelstahl hergestellt und ist in verschiedenen Kopfformen erhältlich. Edelstahl ist ein zähes Material, das eine besondere Herausforderung darstellt, wenn es darum geht, einen gleichmäßigen kontrollierten Bruch des Schließringbolzens zu erzielen. Das patentierte Design von Göbel sorgt für eine reibungslose, effiziente und sichere Installation bei jedem Einsatz. Komponenten aus Edelstahl sind aufgrund ihrer hohen Korrosionsbeständigkeit im Vergleich zu anderen Materialien die ideale Lösung für raue Umgebungen. Dadurch entstehen bei der Verwendung von Edelstahl geringere Wartungskosten bei gleichzeitig erhöhter Stabilität. Das macht die Investition rentabel. Das G-Grip-System wurde daraufhin entwickelt, dass es in allen Anwendungen vibrationsbeständig ist. Der Setzprozess garantiert gleichbleibende Spannkraft, Schere und Zugwerte nach der Installation. Im Vergleich zu herkömmlichen Schrauben und Muttern kann das G-Grip-System dabei in der Hälfte der Zeit installiert werden. Göbel bietet ein umfassendes Sortiment an Installationswerkzeugen an. Wo Schnelligkeit, Effizienz und verbessertes Design entscheidend sind, ist das neue patentierte G-Grip-Edelstahl-Schließbolzensystem von Göbel die Lösung, auf die die Branche gewartet hat. Quality the first time